sind beide da drin oder er war mir jetzt da noch einer im haus oder im haus ja der handy kassiert und jetzt im jump leon third person hype oder hinten ist auch noch einer die haben natürlich keine heilung hier da ist die rache für dich leon mein leben was er denn da das noch ein dreier scope das brauche ich da weiß glaube ich leider wo ich bin was machen wir jetzt was machen wir da jetzt jetzt können wir erstmal nur warten theoretisch jetzt pick ich wieder mal gucken jetzt pikt er wahrscheinlich nicht noch mal eine nade versuchen ich glaube ich schießt noch irgendwer anderes auf mich wo hier sind jetzt bäume die mini ist echt nicht schlecht du die ist schon weiß ich nicht ob die irgendwas verändert haben an dem ding aber jetzt lerne ich dir auf jeden fall ein bisschen mehr zu schätzen auf jeden fall irgendwer ballert da auf mich das ist nicht gut weiß er da nicht von wo die kobe ist heute lauter eine nach dem anderen und nur wenn er eine sks hat da theoretisch ich glaube ich challenge das nicht erst mal wird mal hier ein bisschen weiter laufen vielleicht läuft er auch weiter ja da hinten läuft er ja oh der war knapp der war sehr knapp ein stein nice oh guck dir den an die wollen kämpfen ah schade oh habt ihr das gesehen oh der strom die der strommast hat das abgefangen also nicht der mast sondern die die kabel ich habe gerade auf das kabel geschossen sonst wäre das ein kopfschuss gewesen der schuss davor oh das ist ja ärgerlich jetzt musste ich über das kabel drüber schießen da hinten da war jemand oh ho 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 oh ho snixer sorry bro ab mit dir in die lobby wieder das ist ziemlich cool dass hier fast jeder nur noch mit einem zweier helm rumretten ich meine ich bin auch one shot wenn einer einen guten schuss hat dann ja ist auch vorbei mit mir könnte sein dass das der typ mit dem buggy war ne oh shit ey ich glaube der sitzt in irgendeinem house drin da ja jetzt bin ich hier so ein bisschen im sandwich wenn der typ immer noch hier oben ist vor allen dingen habe ich auch keine deckung so minimal hier diese dinger shit 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 oh gott hier ist ein bisschen zu viel los gerade fuck fuck ich hätte nicht schießen sollen ne eigentlich shit hier ist noch irgendwo einer wo ist jetzt der sks typ da ist er jetzt ist hier noch irgendwer anderes oh gott die zone drückte auch gut ich ne extendet ne hätte ich vielleicht mal gucken sollen ob da noch eins war aber ich wollte jetzt nicht von dem sniper von hinten abgeknallt werden hier irgendwie das war nicht der typ den ich gesehen hab so okay wo ist der typ mit dem einer helm der muss auch noch irgendwo hier sein shit voll vergessen ich dachte die kommt nicht so schnell fuck 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 heilige homo tank konzentriert dich doch auf die zone nicht auf mich hat er meine weste getroffen ne mein helm auch nicht wahrscheinlich nur mein fuß getroffen oder so denke ich mal der ist schon mal weg das war der typ von mit dem einer helm glaube ich da hinten läuft er okay hier könnte nämlich auch noch einer sein beziehungsweise ist hier definitiv irgendwo einer okay sieht clean aus erstmal auf den ersten blick auch mal ich hab hier keinen übersehen hab ich eigentlich noch die spritze ne ne ganz hinten er weiß nicht von wo okay das ist schon mal ganz gut müsste ihn getroffen haben achso okay da sitzt er einfach der hat nicht mal einen helm der typ na gut sorry bro ich hoffe mal der hat noch paar nades oder so ich muss mal gucken ob der die sks hatte doch der hat ein zweier helm gehabt der hat die mini vielleicht war es auch die mini die ich gehört habe kann auch sein da vorne das ist doch ein spieler gewesen hier und dann ist einer Playzone gereckt. Noch einer an der Playzone gereckt. Hm. Boah, diese Leiche macht hier Sounds, ne? Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt? Hm. Ich weiß nicht, ob der Typ immer noch unten ist. Keine Ahnung. Hier wird mich bestimmt auch einer noch flankieren. Aber ich will trotzdem auf Nummer sicher gehen und das hier unten checken, falls dann der Typ irgendwie hochkommt oder so. 16 Sekunden noch. Ah. Also? Ich will alles. Okay. 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 Du willst Granaten machen, kann ich auch, mein Freund. Ich kann übrigens auch Granaten werfen. Raus mit dir, 16er Killrunde, was geht da ab? Sauber, geile Runde Leute.